Schwarm Hawks, hier ist Cetada. Ich übernehme die Flugleitung dieser Mission. Meine Anzeigen empfangen Sie an der mexikanischen Grenze, Kurs 090, Distanz 30 Meilen. Auf Befehl des Pentagon sind Sie autorisiert, den mexikanischen Luftraum einzudringen und Rebelleneinheiten aufzuspüren, die die US-Grenze bedrohen. Auf Ihrer Patrouille folgen Sie den Wegpunkten auf der Techman. An jedem Wegpunkt müssen Sie die Rebelleneinheiten angreifen und zerstören. Schwarm Hawks bestätigt, Cetada. Wir sind bereit zum Angriff. Empfange Rebellenkonvoi auf 149. Angriffsfreigabe erteilt. Roger, Cetada. Gut Jungs, dann mal an die Arbeit. Benutzen Sie die Raketen, um die Bodenziele anzugreifen, sobald Sie das Ziel erfasst haben. Ziel aufgeschaltet. Direktortreffer. Boden, bestätige Zerstörung des Bodenziels. Sauber geschossen. Zum zweiten Wegpunkt vorrücken. Roger, danke. Zweiter Wegpunkt erreicht. Haben vier Bodeneinheiten der Rebellen auf dem Schirm. Erledigen Sie sie. Bestätigt. Gehen jetzt rein. Sie können deren Bezieher auf dem Hand durchschalten, um das Richtige zum Angriff auszuwählen. Sie werden direkten Treffer auf Boden ziehen, Captain. Direkter Treffer. Ziel neutralisiert. Gute Arbeit, Hawks. Zum nächsten Wegpunkt vorrücken. Alle Fahrzeuge der Rebellen bei Sichtkontakt angreifen. Jesper, zieh dir mal den Rauch an. Ist das Pionat UNS? Ja, sieht so aus, als würden die Rebellen einen harten Kampf liefern. Übrigens, einer meiner Freunde von den Special Forces meint, dass ein paar von ihren Leuten in Mexiko operieren. Melderebellenkonvoi. Kurs 242. Distanz 60 Meilen. Sie haben Angriffsfreigabe. Absichtkontakt zum Konvoi. Greif jetzt an. Direkter Treffer. Der ist erledigt. Wir sind am Nachpunkt. Fliegen nun zum nächsten in der Reihe. Noch ein Rebellenkonvoi auf 259. Waffenfreigabe erteilt. Bestätig. Greif jetzt an. Klingt gut. Auch hier General Keating vom Sondereinsatzkommando. Aber eine Prioritätsanfrage für Luftnahunterstützung. Patrouille abbrechen und der Fehler erwarten. Wir hören, Sir. Piloten das sehen. Hören Sie. In Ciudad Juarez braut sich was Übles zusammen. Was ich Ihnen jetzt erzähle, ist streng geheim. Wir haben ein Ghost-Team in der Stadt, das dem mexikanischen Militär Hilfe leistet. Sie wurden von Rebellenpanzern auf einer Plata beim Marktplatz festgenagelt. Wenn wir nicht schleunigst etwas tun, werden Sie überrannt. Sie brauchen sofort Unterstützung und dafür seid ihr die Richtigen. Citadel lädt die aktuelle Position der Ghosts auf ihre Tech-Math. Sie stehen unter Panzerangriff und brauchen Schnellluftunterstützung. Sobald Sie Ihre Position erreicht haben, markiert der Ghost Leader Ziele. Ihr Rufname lautet Fast Support und jetzt los. Stoßfriede an Luft. Angriff beginnen. Bleiben jetzt an. Feindeinheiten nähern sich dem Ghost. Ein Anschluss. Tut das Treffer. Ghost Leader, Achtung. Black Hawk 5 ist auf dem Weg zum Abholpunkt. ETA 5 Minuten. Empfange feindliche Helis in Ihrem Gebiet. Erledigt sie. Achtung. Achtung. Empfange feindliche Helikopter in Ihrem Gebiet. Klar zum Angriff. Achtung. 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 Ihr Citadel, dieses Mal sind es Kampfhubschrauber. Angreifen und zerstören. Ziel markiert. Fahrsupport, kümmern Sie sich drum. Fahrsupport bestätigt, die Artillerie ist unterwegs. So räumen meine Absparführer. Ghost Leader, braucht ein Bericht. Wie ist die Lage? Ihr Ghost Leader, haben die Absetzzone verlassen und errichten Stellungen, um Falte zu empfangen. Bestätigt, viel Glück. Viel Glück. Feuer frei. Zielverfolgung. Das war wirklich gute Arbeit, Crenshaw. Aber noch sind meine Jungs nicht da raus. Ich schicke jetzt einen Heli, um Mitchells Team zu evakuieren. Aber ihr werdet sie sicher über die Grenze eskortieren müssen. Bestätigt, greift jetzt an. Schwarm Rorx, ihr Citadel. Empfange Banditen direkt voraus. Rebellenflieger auf Abfangkurs. Greift die Banditen an, Rorx. Hol sie runter. Die sind tot, sie wissen es nur noch nicht. Sieht aus, als wollten die Rebellen Rache für ihre Panzer. Benutzen Sie das ERS, um die Banditen anzugreifen. Ziel in Schussweite. Noch ein bisschen weniger. Gut geschossen, Schwarmführer. Kein Glück gehabt. Er hat mich ausgetrickst. Ich verfolge ihn. Weh den Reichweite. Ich empfange Rebellenflieger auf Abfangkurs zu Black Hawk 5. Fast geschafft, Ghost Leader. In einer Minute sind Sie außer Gefahr. Abbie, der ist erledigt. Waffe aufgibt. Ein weiterer Schwarm war Sienzen. Nähert sich dem Helikopter. Verstand. Greift jetzt an. An ihn abgeschossen. Chief. Mein ganzer Schirm ist voller Banditen. Ich hab dein Helik-Talent. Bring es hinter uns. Achtung, Schwarmführer. Ein Bandit hat sie erfasst. Das war knapp. Fox, so. Freitag Flugzeug abgeschossen. Die vier Stunden passen zu Hause, Ghost Leader. Noch ein paar Sekunden. Das war der letzte Bandit. Wir haben einen Widerschriftsbonus geboten. Hey, Granscher. Hat dich Artemis auch kontaktiert? Wir sollten uns ein Team verkaufen. Die lassen uns bestimmt gemeinsam fliegen. Hier, General Keating. Nochmals danke, dass Sie meine Leute aus dem Feuer geholt haben. Wir schulden Sie etwas. Und im Vertrauen glaube ich, dass die Air Force einen Fehler macht. Wie sich die Welt entwickelt, werden wir euch bald mehr denn je brauchen. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020